ja moin moin zusammen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft no name ja und wir sind wieder zurück und ich würde sagen ja da wir jetzt so viele schon gemacht haben wir haben das dach fertig wir haben das erste haus komplett wir haben da drüben schon mal die ersten räume und den ersten raum auf jeden fall hier haben wir noch eine kleine farm die werden wir glaube ich noch mal ausbauen oder haben ich habe keine karotte nichts aber die farm ist gut dies praktisch ich denke dass ich hier auch so ein bisschen die farmen bauen werde in diese richtung und in diese richtung aber lass das erstmal kommen es ist noch lange zeit ich wollte eigentlich schon lange 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 die farm kiste machen ich werde auch jetzt direkt gemacht farm kiste ist eine kleine kommt direkt da vorne an den zaun und da kommt das da kommen die sich rein ok ich muss mal ganz kurz ob er es so klein wenig verändern mein kopf bisschen verändern so jetzt passt es jetzt habe ich nur keinen ausschlag mehr so jetzt passt es noch besser ich kann nicht oft genug auf dieses haus schauen von da ich kann einfach nicht oft genug drauf schauen richtig geil das erste haus hier werde ich jetzt denke ich weitermachen so ein klein wenig aber haben wir denn noch kabel ist die frage haben wir noch kabel stone oder normalen stone haben noch 13 ich glaube wir haben den ganzen stone verbaut gehabt ja hatten wir komplett verbaut dann brenn du mal durch und wir gehen wieder auf kabel stone tour nein noch nicht erst mal essen 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 so 20 brote perfekt weiter geht es in richtung tour so ich esse mich mal nicht ganz voll guck jetzt erst mal wo mein fahrstuhl war mal den zu finden das ist manchmal gar nicht so einfach hui das war schon wieder ganz schön knapp da drüben ist ab so muss ich hier drüber so schnell ist man auf einer anderen seite dann nehmen wir hier den kleinen fahrstuhl das finde ich halt schade dass das darüber läuft aber nun denn hier können jetzt einfach runter gehen einfach so runter schnell wieder hier hin und dann blitzschnell kabel stone farmen am besten wieder auf dia höhe am besten wieder genau hier am besten wir huschen schnell in unseren gang arbeiten uns dann im gang weiter voran hier war kohle dann war hier schon der lavateich der erste richtig geil wie wir hier vorangekommen sind damals das letzte mal boah und wir machen auch instant weiter was habe ich jetzt natürlich vergessen natürlich die fackeln vergessen ok schaufel habe ich dabei gut falls erde kommt mit granit kann man auch was anfangen aber ich finde kies sieht einfach geil aus aber die spitzhacke wird nicht für so viel reichen wie ich mir hoffe leider gott das wird das nicht so weit reichen aber naja dann reicht es halt mal nicht so weit aber immerhin das reicht für irgendwas hier wieder ein bisschen eisen dann hier wieder ein bisschen gold da war ein kleiner leck wie viel geht denn noch 35 gucken wir mal ok wir nehmen jetzt noch das eisen und das gold mit dann muss ich mich auch langsam wieder auf den rückweg machen hopp hopp immerhin fast ein stack jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken so musik ein wenig lauter gemacht oder war jetzt etwas leiser wieder weil ich weiß ja nicht ich kann das so in der aufnahme nicht einschätzen wie laut das ist aber auf dem ganz schnellen rückweg aus dem löschlein hier raus schnell da oben und schnell den camelstone durchjagen lassen weil ja ich möchte ja das andere gebäude noch irgendwann fertig stellen ich weiß noch nicht was das werden soll oder machen wir diesmal so ihr entscheidet was das gebäude werden soll was für eine art was für ein gebäude jetzt muss ich erstmal wieder den ausgang finden jawoll war doch hier hoch ja so entscheidet ihr was wird das für ein gebäude das neben meinem haus ich möchte ja jetzt nicht so ah das gefällt mir so nein ich möchte euch mit einbringen einbringen so was so in die stadt gebaut werden soll wie es aussehen soll und ja ich hoffe dass es viele da sein werden mit vielen verschiedenen meinungen dass ich auch viel zu bauen habe aber naja das bisschen stone was ich hier habe werde ich nicht weit mitkommen ja ich kriege wieder besuch ganz viel besuch sogar aber ist schon blatt also kein problem einmal im kreisel gedreht so gucken schnell dran da wird der cobblestone ja schon fertig sein klatschen wir hier nochmal rein fangen hier instant an mit dem bauen da wäre ich zwar jetzt nicht viel bauen können aber immerhin ein klitzekleiner fortschritt hier war doch mal ein creeper auf screen haha aua lass mich doch in ruhe mensch mhm erde so geht am schnellsten zum abbauen und wir können auch einfach hier hochstiefeln haben jetzt schon mal hinten ein portal dicht gemacht ist ein etwas anderes portal wie normal aber das ist portal meiner art ja das sind die portale meiner art jetzt gehen wir erstmal hei 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 machen so wir bettchen liegen aufstehen wie viel haben wir denn schon sechs acht stück nur hm komm ich ja mal gar nicht weit acht stück da komm ich überhaupt nicht weit mit hm naja aber man kann ja schon mal ein bisschen bauen umso mehr umso besser sag ich ja immer schwupp das kann man mal schauen wie das dann aussieht da muss ich noch eine reihe aber das wird dann eine holzreihe das ist ja schnell gemacht ok ja das sieht dann wirklich nice aus sag ich mal das soll so hoch werden übrigens also das ist boah hoch sehr hoch erstmal wieder im Hauptgebäude müssen wir mal schauen das Eisen können wir hier durchbrennen das Gold hier so dann warte ich mal wieder ein bisschen auf Cobblestone und ich hoffe ganz ehrlich dass ich bald irgendeine andere Dingsda andere Farm anlegen kann weil einfach nur Weizen das dauert ewig lange bis das Weizen fertig ist hier seht ihr ich stehe mal auf dem Zaun hoch so hier das dauert so ewig das kann von mir aus einfach schneller gehen einfach zack 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 und voll deshalb möchte ich andere Farben anlegen deshalb gehe ich offscreen offscreen diesmal auf die Suche nach einem Dörfchen guck mal ob ich was finde und wenn ich was finde Freunde dann gibt es vermutlich auch demnächst Karotten hoffe ich zumindest oder sogar Kartoffeln das wäre auch geil da kann ich zwei neue Felder direkt anlegen ich chill mich mal kurz auf meinen Balkon auf meinen wunderschönen Balkon hier schöne Aussicht auf die Wälder sehr geil was ich machen kann natürlich in der Folge jetzt sind die Brücken was mache ich die Brücke Stone Slabs oder ob ich die Brücke aus Stone Slabs mache wenn man dann hier losläuft am besten hier so drei und daneben kommen dann so die Hölzchen ich weiß das wird jetzt keine allzu schöne Brücke aber man kann es ja mal versuchen ich bin ja nicht der beste Brückenbauer die Musik ist gut die Musik ist wieder gut jawohl Richtung erste Insel ist perfekt jetzt habe ich aus gesehen alles einmal minimiert wollte ich gar nicht ich kann ja schon mal hier was weitermachen hier so ein bisschen weiterziehen richtig Bandwarsat so dann auf der anderen Seite nochmal weiterziehen okay das braucht noch ein bisschen was an Stone Slabs aber ich brauche noch Stone für das andere Gebäude das heißt muss hier und da ein bisschen sparen das halbieren wir nur nein das möchte ich noch nicht jetzt hört ihr mal kurz mein Hund das ist aber nicht so schlimm denke ich halt so 24 2 noch 1 ich kann wieder nicht zählen das brauchen auch 2 aber nun ja ich möchte ja die Brücke hier fertigstellen ganz vergessen dass da noch kein Block ist hey die Hälfte haben wir schon nicht schlecht für die erste Brücke aber das ist auch nicht gut das ist keine schöne Brücke die baue ich nochmal um die baue ich auf jeden Fall nochmal um so jetzt habe ich wieder 2 zu viel okay jetzt wird da auch ein bisschen lauter aber das ist ja glaube ich gar nicht so schlimm dann hier und dann hier und dann hier Runde dann kann ich schon mal mit den Slabs anfangen animiert animiert warum auch immer das ist natürlich saunice mit der Brücke da können wir ständig hin und her hin und her oh da muss ich aber noch viele Brücken bauen mhm das Gebäude ist auch noch nicht ganz fertig das ist ziemlich mickrig ich wollte ja noch einen Ausgang bauen habe ich noch Holz für eine Tür da hey Logo habe ich auch noch Holz für eine Tür da so ich hatte doch noch Türen egal habe ich jetzt 5 Türen ja komm knallen wir hier hin schwupp und schwupp dann geht es hier raus in Richtung Felder auch nice ich werde noch ein Farmgebäude bauen nur wo ist die Frage wo kommt das Farmgebäude hin die große Frage bleibt euch überlassen wir haben hier eine riesen Fläche da könnt ihr euch aussuchen wo denn die Farm hinkommen soll jetzt habe ich gerade ein paar FPS Anbrüche aber das löst sich jeden Moment wieder nice die Brücke ist fast fertig wenn wir die Brücke in der Folge noch fertig bekämen wäre geil aber so viel Holz habe ich gar nicht mehr das heißt muss neues Holz machen erstmal habe ich noch irgendwelchen Stein oben ist es oben 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 hier haben wir es wir waren ja in den letzten paar Folgen ein bisschen Eisenfarm so hier muss ich rein schwupp jetzt habe ich einen Knopf gemacht so und schwupps so jetzt haben wir eine Eisenachst aber das hier das wird ja jetzt hoffentlich reichen um die Brücke hier fertig zu machen zumindest den Rand wo mal wo ich ja dann den Zaun noch drauf setze wird das ja hoffentlich reichen gut dann geht man hier so runter jawoll muss man halt hier so ein bisschen aufschütten so aber das geht wenn man das jetzt hier noch so ein bisschen weg macht was ich hier gerade ja mache so ein klein wenig weg machen wir hier das am besten noch aber da reicht jetzt meine Schaufel nicht mehr ah das machen wir schnell von Hand und der letzte so schauen wir mal ja das ist ganz schlecht fehlt auch nicht mehr allzu viel so wir setzen jetzt volles Holz ein machen noch ein paar Zäunchen genau für die Brücke so dann müssen wir hier rum hier so das wird zwar bei weitem nicht mehr für eine Seite der Brücke reichen aber immerhin ein Anfang wäre gemacht gemacht sieht man zack Anfang wäre gemacht Holz 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 Hacken jetzt habe ich wieder Hunger will ich gar nicht ich will Holz hacken da da Holz hacken mit Eisen und zack ey das geht ja schön schnell das ist geil irgendwann muss ja jeder auch mal dran glauben auch bei mir so ein paar Bäumchen ja hopp das war ein falscher Baum egal das war ein Fischenbaum wollte ich gar nicht hier diese Bäume halber Stack haben wir schon naja immerhin immerhin wir rennen mal zurück halber Stack das dürfte ja mal vorerst reichen so halber Stack hier ein bisschen awkward planks machen wir mal wieder neue Stöcke hier noch mehr Stöcke 36 Stück mal hin so machen wir mal jede Menge Holz knappen Stack Holz jetzt jede Menge Zäune 45 Zäune nun ja jetzt gehen wir sofort wieder an die Brücke das würde glaube ich wieder nicht für komplett reichen jawohl Freunde so geht's natürlich nicht andere Seite näher diesmal balancieren ist jetzt angesagt eine Seite nach kommt diesmal reicht's aber diesmal reicht's für die Vollendung jawohl das reicht die Brücke ist fast vollendet für nur noch die paar Stiefchen dann haben wir eine Brücke gebaut die erste Verbindung mach so da unten ist er ouchi stirb einfach danke so squiddy danke für deinen Tintensack könnte ich gut gebrauchen deko mäßig so aber ich sehe dass die Folge sich dem Ende zuneigt die weitere Folge Minecraft No Name wir legen uns schnell ins Bett das war ziemlich laut hab ich gerade gesehen aber wir legen uns ins Bett sind fertig für diese Folge ich hoffe sie hat euch gefallen lasst ein Like da wenn sie euch gefallen hat eventuell ein Abo wenn ich euch überzeugen konnte mit meinem Kanal mit den Projekten vor allem mit dem Video dann verabschiede ich mich von dieser Folge bis zur nächsten Folge Minecraft No Name